Hallo und Willkommen zu einem weiteren Freitag-Projekt. Und wie ihr es sehen könnt, spielen wir Katana Zero. Was ich komplett plan spiele. Ich habe es geschenkt bekommen. Zeug, was ich vorlesen könnte. Verstehe, dann fangen wir von vorne an. Und heute mal keine Facecam, weil... Äh... Ja. Ich mehr... Fokus aufs Spiel haben will. Ah. Sehr retro gehalten. Finde ich aber auch ganz neus. Okay, alle killen. Interessant. Katana Zero. Okay, ist jetzt rechts unten. Erstmal Katze streicheln. Ja, das wird okay. Was? Ach, täschen. Ups. Nö, nö, nö. Und auch zu schalten. Ja, das sollte gehen. Uff. Ups. Interessant mit dem Replay-Ding. Ups. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's.